Spongebob Es war alles krank. Und ich war krank. Und ich bin jetzt wieder gesund, Leute. Und jetzt können wir endlich in die neue Stadt gehen. Oh oh. Ich habe euch hergebracht, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellt. Ich hab Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen. Von einem mächtigen Feind, den ihr bezwingen müsst. Dann mal los, eure Hoheit. Dann. Mal. Los. In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidoms. Ein kleiner, eckiger Burschen. Und sein Herausforderer. Ein riesiger, mörderischer Eichhörnchen-Roboter. Jemal, eine Giraffe. Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Leute. Wir kämpfen jetzt anscheinend gegen Sandy. Ich weiß... Wie mache ich das? Ich weiß nicht. Oh, okay, okay, ich hab's gerafft. Ich hab's gerafft. Okay. Okay. Okay, ich hab's. Leute, das hinten brennt ja. Lul. Hilfe, 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 Hilfe. Ey, Leute, das ist echt krass, eigentlich, ne? Ich... Ich feiere das jetzt. Und... Uhuh. Hä? Ich will spielen, ich will spielen. Patrick, wir spielen nicht. Wir kämpfen um unser Leben. Ich will spielen, ich will spielen. Oh, na gut. 1 zu 1 dasselbe wie... Oh. 1 zu 1 dasselbe wie bei mir und Jenny, Alter. Ich bin Patrick und siehst du Spongebob, Alter. Hallo? Der alte Wäscheleine-Move, Alter. Der Roboter verliert seinen Kopf. Äh. Ja. Und jetzt muss ich... Da drauf. Und der Kopf... Ja, doch, da fliegt er ja so zurück. Hilfe, 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 Hilfe. Haha. Daneben. Der alte Wäscheleine-Move. Äh, ich greif den gleich mit meiner Wamba an, Alter. Der Roboter verliert seinen Kopf. Weg damit. Alter. Das ist echt geil, Leute. Auf jeden Fall, wie geht's euch, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr seht, wie es mir geht, seht ihr? Ich muss hier einen riesen Sandy-Roboter kämpfen. Der so brennt hinten. Das sieht so richtig nice aus, Alter. Alter. Ey, Leute, wenn ihr mehr so Spongebob-Folgen sehen wollt, dann schreibt's mir in die Kommentare. Mir gefällt's. Ist da eine gute Gelegenheit. Oh, jetzt müssen wir das noch treiben, aber... Oh, ne, so nicht. Das war lustig. Du bist doch Spongebob. Oh. Hä? Was muss ich jetzt machen? Alter! Spongebob kann das doch gar nicht, oder? Spling! Der alte Wäscheleine-Move! Au! Oh, Junge! Was soll ich machen, Alter? Ich fühle mich wie ein neuer Schwach. Wenn das keine Gelegenheit für einen Blasenschlag ist, dann was... Ja, Mann. Hilfe! Ohohoho! Der alte Wäscheleine-Move! Hey, Junge! Was soll ich machen, Alter? Krügelinspräse! Oh! Ja! Ha! Wow! Alter! Jetzt kommt nochmal der Safi, alter, der alte Wäscheleine-Move! Okay! Okay, wieder über... Oh, los! Hä? What the fuck?! Wenn ich zu mir springe, knall ich oben dagegen. Wenn ich eh mal springe, dann springe ich unten dagegen. Ha! Der Roboter ist am Boden und da bleibt er auch! Was für ein Aufruhr, hier im Poseidon! Also, das war doch mal ein Kampf! Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny! Eine neue Kraft! Das Blasenbowling! Doch wartet, da ist doch mehr! Ein goldener Fangenbänder! Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dienstleinen Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über 5 Dollar und 32 Cent. Oh, vielen Dank! Das bedeutet mir so viel! Ich... Ich... Wir haben dir vorgenommen, nicht zu weinen! Weine so viel du willst! Aber nicht hier! Der Boden ist frisch gebodert! Heftig! Heftig! Sie müssen... Hey, Plankton! Ja? Was gibt es? Ich hab mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen! Tun sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen! Ähm, ja... Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild, auf dem Roboter-Hauptquartier steht! Spongebob, wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht wirklich! Genau! Und als dein Nicht-Freund mach ich mir Sorgen um dich! Und zwar genau jetzt! Du denkst zu viel nach! Ich mach mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest! Ich sag dir, was ich tun werde! Ich übernehme das Denken für dich! So kannst du dir nicht wehtun! Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen! Danke, Plankton! Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann! Ich muss nicht mehr nachdenken! Heftig! So verarscht, Plankton uns, Alter! Aber warte mal! Ich will diese Tickys da oben... Ah! Okay, hab ich's! Auf jeden Fall, Leute! Jetzt sind wir... Jetzt! Nein! Guck mal! Blasenbowling! Lass mich dir beibringen, wie man eine Blase baut! Wow! Vergiss aber nicht, dass das Blasenbowling nur bei Dingen funktioniert, die sich in Bodennähe befinden! Okay! Äh... Hier muss ich das machen, oder was? Okay! Okay! Das ist ne goldene Schlüppern! Ein Meldung! Ein Schwamm, der in Unterhosen trägt, ist im Anmarsch! Berisch wie eine Frühlingsbrise! Äh... Nein! Ach! Komm! Ach! Geh mal! Nennenni nennennennennennene Ok. Machen wir es noch mal, Leute. Das war ja richtige Verarsche. Ok. Gleich abgekürzt. Ah, schon wieder. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, 28, oha, wie viele brauchen wir hier, hier braucht man 30, cool Leute, kann man hier rein, soll das Altersheim vermeiden, ja kann man rein, ok, kann man auch bei Sandy rein, ich glaube schon, oder, ja, gut, das Polizeirevier, können wir da auch rein, Ja, ok, gut Leute, dann würde ich sagen, wir gehen in die nächsten drei Dinge und erstmal da rein, bevor wir hier die Hauptstory weitermachen, also hier den Sand, Mountain und Rock Bottom, das machen wir erst weiter, wenn wir dann diese drei Häuser hier gemacht haben, in dem Sinne hoffe ich euch hat dieser Bossfight gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Spongebob, Schwankob, Schlacht und Bikini Bottom, Remastered, in dem Sinne, haut rein, bis dann und ciao, Leute Bis dann Bis dann